Meistens geht es bei einer Ermittlung um Dinge, die man sieht. Aber auch das Hören spielt eine große Rolle. Das Zuhören. Man muss wissen, wie man zuhören muss. Nicht nur auf das achten, was die Menschen sagen, sondern auch darauf, wie sie es sagen. Ob ihr Tonfall mit ihrem Gesichtsausdruck und ihrer Körperhaltung übereinstimmt. Selbst wenn ich von den Lippen ablesen kann und weiß, was derjenige sagt, ist das nicht genug.